WDR mediagroup GmbH Du gewichterwichtes Konföderations-Mattei! Was zur Hölle ist mit euch los? Beruhigt euch, verdammt! Die Psychotropen dissoziativer in diesen Dingern verursachen aggressive Halluzinationen. Eine Anti-Friedenspfeife also? Ja, in Affensprache, ja. Schieß auf die Spore! Du hast doch gesagt! Alter, schreiß Ding ab! Siehst du, selbst der größte Scheiß hat einen Nutzen. Deshalb haben wir ja auch dich dabei. Ich übernehme die Spitze. Ich öffne das Tor! Geschafft! Ja, komm hier raus! Ich brauch Hilfe! Schick! Easy! Easy! Was für eine Scheiße war das denn? Ein Kumpel ist der Nachtisch! Wir müssen weiter! Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe! Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen! Du bist also ganz allein daraus? Wie du willst, Schwester! Aber ich... Meine Peitsche empfängt was! Ha! Dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal! Verdammt! Er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell! Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest! Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin! Nein! Kör auf! Ich bin hör auf! Wir haben Eidusbeging! Ich gib dir mehr lieber als du verkraften kannst, Funk! Ist du dir sicher, dass deine Kanone Brot genug ist? Das ist nicht entscheidend! Komm nur auf die Technik an! Glaub das ruhig! Komm in die Gänge! Ishii hat nicht mehr viel Zeit! Die Gäste! Komm in die Gänge! Jetzt fangen wir uns an! Musst du auf! Was ist das? Ishii bewegt sich nicht mehr. Sich nicht rühren ist genau das, was tote Leute tun. Danke für den Optimismus. Du bist wirklich mitfühlend. Was ist das? Sieht aus, als wäre das hier unten der Privatgarten der Hölle. Wenn sie sich nicht mehr schütt, wird sie nicht mehr schütt. Es ist nur ein Urlaub. Sieht aus, als ob sie schütt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017